Ja, also wir sind jetzt bei unserem ehemaligen Treffen, läuft gerade im Hintergrund und wir haben ganz speziell einen Gast bei uns. Wenn du einfach mal deinen Namen sagst? Berti, hi! Und wenn du uns kurz erzählen könntest, was du beruflich machst? Nix! Okay, und was hast du alles schon so gemacht? Ich habe gemodelt eine Zeit lang für alles mögliche, habe vorher auf dem Vortrag erzählt, von Armani bis Goethe und Hilfiger und alles mögliche. Und habe dann in New York gelebt für vier Jahre und habe Schauspiel studiert. Und ja, momentan mache ich nix und lebe einfach nur im Moment und habe den Luxus, es so machen zu können und gehe von Projekt zu Projekt. Okay, klingt auf jeden Fall interessant. Und wie kommt man dazu überhaupt, Männermodel zu werden? Naja, habe ich ja vorhin erzählt. Ich bin da von so einer Frau entdeckt worden, von einem Scout aus Mailand. Und dann ging es halt irgendwie so los. Okay, gut. Jetzt vielleicht mal Alisa, darfst du mir die Frage stellen. Genau, und mich interessiert, was braucht man denn, um so wirklich gut zu sein in dem Modelberuf? Talent, Präsenz, Aussehen. Sprich, wenn man sich einmal so einen Grundstein wie du jetzt, gerade bei Armani oder sowas, wenn du da einmal warst, dann hat man schon immer irgendwie einen Fuß drin? Nicht unbedingt. Ja, was ist so dein... Keine Garantie. Keine Garantie. Okay, und wie ist das so, wie lange macht man das ungefähr oder hast du irgendwelche Referenzwerte? Ich schon seit sechs Jahren. Man macht so lange, wie man arbeitet, aber... Also reicht's, sagen wir mal, das Geld, was du in sechs Jahren verdient hast, reicht dir das jetzt noch, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahre? Oder wie planst du das finanziell dann? Ich plane überhaupt nichts. Ich lebe einfach nur. Okay, interessant. Ja, dann Dankeschön für das Interview. Und ja, viel Spaß dann noch. Dankeschön. Dankeschön.